Morgen, Kim. Morgen, Hanna. Morgen, Uli. Was hast du heute Neues für mich? Ein dunkelhäutiger junger Mann. Er hat eine schwere Verletzung, aber am besten schaust du dir das mal selbst an. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Was? Soll man dieses Objekt kennen? Was ist das? Schau dir das mal bitte an. Am besten wir untersuchen das im Labor. Klingt nach nem Plan. Uli. Ich hab die Mikroskopaufnahme. Die Mikroskopaufnahme. Ist gut, oder? Ja. Ich hab die Röntgenaufnahmen. Ne, irgendwie... Das... Das wird hier nichts. Dieses... Scheiß... Vieh... Verstür... Ach Gott, die Uniformen werden auch immer kleiner. Hättest du den Burger gestern nicht gegessen? Mhm... Ach, Uli, jetzt was soll das denn? Kriminalfilzei! Du selbst hast oben geklingelt. Ja, alles klar. Guten Tag, Kriminalfilzei Köhler mein Name. Wir haben vor einigen Stunden eine Leiche hier gefunden und das lag daneben. Kennen Sie das? Haben Sie das mal irgendwo gesehen? Was soll das denn sein? Das weiß ich auch nicht. Nee. Äh, nix, Kamera. Nix, Kamera. Guten Tag, Kriminalfilzei Köhler mein Name. Vor einigen Stunden haben wir hier... ? Oder einigem... ? 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 Vielen Dank.